Wir Menschen sind Spielzeug der Kunst. Und wir haben zu spielen. Mit all dem Material, was da ist. Mit Eiscreme, mit Essen, mit unserer Kleidung, mit unseren Haaren. Wir spielen. Ja, und wenn wir mit Macht spielen, dann geht es. Aber am besten ist eben der Machthaber Kunst. Die Diktatur der Kunst ist ideal. Und deshalb muss die Kunst an die Macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich will kein Problem. Und die Kunst ist kein Problem. In der Kunst gibt es überhaupt keine Probleme. Ich würde. Ich wünsche euch, auf dem Bild her. Ich weiß nicht, was ich. In der Kunst ist, die Kunst ist. Ich muss die Familie sehen. Die Kunst ist im Versuch der Kunst. Und das in der Kunst ist geil. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zuge hin.